Einen wunderschönen guten Tag. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit. Wir sind heute beim sechsten Übungsblatt, also auch im Block 6, angelangt und möchte gerne mit Ihnen heute gemeinsam nochmal durch das Übungsblatt durchgehen, das auch seit heute auf dem Opal steht. Und entsprechend dem Block 6 wird es um Spiegelung einerseits gehen, dann aber auch um das Thema Entwicklung nach orthogonalen Funktionssystemen. Fangen wir einfach an, indem wir das Ganze nochmal einfach durchgehen von oben nach unten. Wir haben insgesamt vier Aufgaben, wovon die ersten drei sich mit dem Thema Spiegelung beschäftigen. Und ich vermute mal, dass diese ersten drei Aufgaben den meisten von Ihnen auch relativ einfach fallen werden oder nicht so schwer fallen werden, wie vielleicht Aufgaben im letzten Block. Gut, starten wir mit der ersten Aufgabe, Aufgabe 6.1. Hier ist eben eine Punktladung gegeben, die eingegrenzt wird durch zwei leitfähige Ebenen, also die einen solchen 90 Grad Winkel zueinander annehmen. Und ja, die Aufgabe ist dann, die influenzierte Flächenladungsdichte zu berechnen. Das ist für eine einfache Ebene tatsächlich schon mal gemacht worden. Schauen Sie in die Vorlesung nochmal rein, wenn Ihnen das jetzt nicht bewusst ist. Und ja, so wie das für eine Ebene geht, so geht das im Prinzip auch für zwei Ebenen. Der Formalismus ist der gleiche. In der Vorlesung ist ja auch etwas dazu gesagt, was Sie machen sollen, wenn Sie eben nicht nur eine Spiegelungsebene haben, sondern wenn jetzt eben noch eine zweite Spiegelungsebene dazukommt. Und wenn Sie das kombinieren, das, was schon gemacht worden ist, für eine Spiegelungsebene und der Anweisung, wie Sie mit zwei Spiegelungsebenen oder mit mehreren Spiegelungsebenen umgehen können, dann ist das, glaube ich, relativ einfach hier auch zu bewältigen. Schauen wir auf die Aufgabe 6.2. Die wird vielleicht ein bisschen komplizierter dadurch, dass hier jetzt keine Ebene Brandung gegeben ist, sondern eben eine solche Kugel, so wie sie hier eingezeichnet ist. Und innerhalb dieser Kugel befindet sich jetzt wieder eine Punktladung. Und Sie sollen das Skalarpotenzial und auch die elektrische Feldstärke in der Hohlkugel rechnen. Und wenn Sie sofort an Spiegelung denken, dann ist das sicherlich nicht falsch. Also das ist die Methode der Wahl hier. Und überlegen Sie sich einfach, wo hier Spiegelladungen anzusetzen sind. Und wenn Sie das erkennen und wissen und vielleicht auch das übertragen, was in der Vorlesung gesagt worden ist für den Fall, dass eine Ladung außerhalb der Kugel sitzt, dann, glaube ich, können Sie auch den Teil A hier relativ geradlinig bearbeiten. Im Fall B wird jetzt gefragt, was sich denn verändert, wenn die Kugel nicht geerdet ist, sondern auf einem anderen Potenzialwert liegt. Das ist auch ein wichtiger Aspekt solcher Aufgaben. Schauen Sie sich das nochmal an. Überlegen Sie sich das, was sich hier tatsächlich ändert. Da möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, sonst ist die Spannung ja schon weg. Also versuchen Sie insbesondere auch, wenn Sie sofort spontan die Lösung sagen würden, versuchen Sie dann auch ein bisschen zu argumentieren. Das können Sie ja auch machen, um sich selber zu trainieren. Einfach nochmal zu argumentieren, warum sich das denn gerade so ändert, wie Sie meinen, wie es sich ändert. Dann schauen wir mal auf die dritte Aufgabe. Das ist so ein bisschen vielleicht eine Kombination von dem, was wir hier bisher gemacht haben. Hier ist also eine Halbkugelschale, die mit einer leitfähigen Ebene fest verbunden ist. und es gibt dann also ein eingeschlossenes Volumen und in diesem eingeschlossenen Volumen befindet sich hier eben wieder eine Punktladung und Ihre Aufgabe ist jetzt, das Feld sowohl im Innenraum als auch tatsächlich im Außenraum zu berechnen. Das gesucht ist das elektrische Skalarpotenzial. Hier wird man also auch wieder an Spiegelung denken. Machen Sie sich klar, dass Sie zum einen eben diese Kugelsymmetrie haben, zum anderen also eine Ebene, Geometrie eine Ebene und überlegen Sie sich das, überlegen Sie sich, was das für die Spiegelbilder bedeutet, wie viele Spiegelladungen Sie hier brauchen und wo die liegen. Bei der Frage, wo liegt es, hilft Ihnen vielleicht auch die Symmetrie der Anordnung weiter. Und wenn Sie das einmal wissen, welche Ladungen sind im Spiel und wo sitzen diese Ladungen, dann ist es nicht mehr weit, um tatsächlich auch zum elektrischen Skalarpotenzial zu kommen. Vorsicht bitte, wenn es darum geht, im gesamten Raum die Ladungen zu berechnen. Machen Sie sich nochmal wirklich klar, in welchem Volumen Sie mithilfe von Spiegelladungen das Skalarpotenzial berechnen und machen Sie sich dann auch klar, was das für das Gesamtvolumen hier in dieser Aufgabenstellung bedeutet. Also da bitte nochmal genau hinschauen. Gesamter Raum ist verlangt und gesamter Raum ist natürlich einerseits der Innenraum und andererseits dann eben das, was außen übrig bleibt. Das ist klar. Gut, ansonsten glaube ich, ist das auch eine machbare Aufgabe. Es ist auch eine sehr klassische Aufgabe, finden Sie in fast allen Büchern oder Aufgabensammlungen. Finden Sie eine solche Aufgabe. Das gilt eigentlich auch für diese Aufgabe, Aufgabe 6.4. Auch diese Aufgabe finden Sie an vielen Stellen in der Literatur. Und schauen wir uns erstmal an, was hier gegeben ist und was gesucht ist. Wir haben also hier eine Kugel mit einem gewissen Radius. Die ist im Vakuum. Und die Oberfläche der Kugel trägt eine gegebene Flächenladungsdichte. Und wir haben hier tatsächlich extra schon mal hingeschrieben, also die Flächenladungsdichte, wenn Sie in Aufgabensammlungen reinschauen, dann ist die Flächenladungsdichte häufig einfach nur gegeben in der Form bis zu diesem Gleichheitszeichen hier. Und dann muss man am Anfang zunächst mal darauf kommen, dass das eine spezielle Funktion ist, nämlich das ist im Wesentlichen eben P2 von Cosinus Theta. P2 ist das zweite Legendre-Polynom, eben ausgewertet an der Stelle Cosinus Theta. Und das ist schon eine Hilfestellung, weil das liefert, das leitet Sie natürlich schon so ein bisschen über zu den Entwicklungen nach orthogonalen Funktionssystemen. Wir haben in der Vorlesung tatsächlich ein Funktionssystem kennengelernt. Und das steht ja auch hier dann in der Aufgabenstellung, nämlich die Kugelflächenfunktionen, in denen die Legendre-Polynome eine wichtige Rolle einnehmen. Das heißt, hier wäre es wichtig, dass Sie wirklich, wenn das Potenzial gesucht ist, das Potenzial zunächst mal eben darstellen als Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen, so wie das auch hier im Hinweis schon steht. Und dann gucken Sie vielleicht mal ein bisschen zurück zu anderen Aufgaben, die wir schon gerechnet haben, wie man dann weitermacht. Es ist dann ein Prozedere notwendig, das ganz ähnlich ist zu einem Prozedere, das wir in einer anderen Aufgabe schon kennengelernt haben. Sie müssen ja dann sehen, dass Sie von den freien Konstanten, die Sie haben, möglichst viel bestimmen. Sie müssen Symmetrie ausnutzen. Sie müssen ausnutzen, welche Abhängigkeiten R4 und Theta Sie haben, welche Sie nicht haben. Und auf die Art und Weise können Sie die Entwicklung, die allgemeine Entwicklung, die Sie im Innenraum haben, die Sie im Außenraum haben, immer weiter eingrenzen. Und früher oder später werden Sie natürlich auch die konkrete Flächenladungsdichte mit ins Spiel bringen müssen. Flächenladungsdichte, überlegen Sie sich dann noch mal, was bedeutet das für Ihr gesuchtes Skalarpotenzial, was bedeutet das vielleicht auch für die normalen Ableitungen des Skalarpotenzials und so weiter und so fort. Und auf die Art und Weise können Sie dann immer mehr Konstanten reduzieren, bis Sie tatsächlich zum Schluss einen geschlossenen Ausdruck bekommen. Die Aufgabe ist vielleicht ein bisschen herausfordernd für den einen oder anderen oder die eine oder die eine oder andere. Aber versuchen Sie sich wirklich mal durchzubeißen. Dieser Umgang mit Google-Flächenfunktionen oder mit solchen Entwicklungen ist am Anfang ungewohnt. Der ist aber nicht wirklich schwieriger als eine Entwicklung nach Sinus- und Cosinusfunktionen, also sprich Fourier-Entwicklung, mit der Sie ja seit der Wechselstromtechnik ganz normal und selbstverständlich umgehen. Es ist im Kern nicht schwieriger, es ist nur ungewohnter an der Stelle. Und da sollten Sie sich einfach mal drauf einlassen. Es gibt dann noch hier diesen letzten Satz, der mit überlegen Sie sich anfängt. Hier sollen Sie also gar nicht unbedingt rechnen, sondern die Lösung, die Sie dann hoffentlich herausbekommen, die zeigt eben eine bestimmte Ortsabhängigkeit außerhalb der Kugel. Innerhalb hat es natürlich auch eine besondere Ortsabhängigkeit, aber die außerhalb der Kugel, die sollen Sie sich mal anschauen und überlegen, was das denn bedeutet. Da knüpfen wir an, an Entwicklungen, die wir schon gemacht haben. Überlegen Sie sich, wann man diese spezielle Ortsabhängigkeit, die man dann findet, wann die in einem Potenzial, in einem elektrostatischen Potenzial auftaucht und machen Sie sich auch dann anhand der Flächenladungsdichte noch mal klar, dass das auch sehr plausibel ist, dass das genau so rauskommt, wie es rauskommt. Hinweis, es sind zwei andere Terme, die dann eben nicht auftauchen, sondern nur ein dritter Term, nämlich dieser Term, der tatsächlich rauskommt, der taucht auf und Sie sollen sich überlegen, warum die anderen Terme keine Rolle spielen. Gut, das soll auch schon wieder reichen. Viel Erfolg beim Berechnen der Aufgaben. Gut, das soll auch schon wieder reichen.